Selbstständigkeit in 60 Sekunden heute mit dem Micha. Micha, was machst du? Ich habe eine Werbeagentur. Und wie bist du denn zu der Werbeagentur gekommen? Aus Leidenschaft. Ich wollte einfach Design, war so mein Ding. Und dann wollen die Leute mehr und dann ist es plötzlich eine Werbeagentur. Und was macht ihr mit der Werbeagentur? Wir haben angefangen mit Grafikdesign, dann kamen Webseiten dazu und dann natürlich Social Media und jetzt das ganze Thema Marketing, Automation, künstliche Intelligenz und was halt alles, wonach kommt jetzt. Warum hast du damit angefangen wirklich? Ja, einfach die Freude am Design. Also ich wollte einfach was gestalten für andere. Also Menschen müssen ja sich darstellen, müssen sich zeigen, müssen ihre Produkte, ihre Dienstleistungen ins richtige Licht setzen und das macht mir Spaß. Ich mache das für Menschen. Und du machst das schon eine ganze Zeit lang, oder? In den 90er Jahren hat es angefangen. Also ich war 19, da habe ich mich selbstständig gemacht. Das ist schon eine Weile her jetzt. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du damals deine ersten Kunden gewonnen hast? Nur auf Empfehlung. Also ich habe noch nie Werbung gemacht und es war rein immer übers Netzwerk. Also immer nur über die Empfehlung. In den 19 Jahren hast du ja wahrscheinlich ein paar richtig coole Highlights, aber bestimmt auch ein paar Sachen gehabt, die nicht so einfach waren. Wo, fangen wir mit den Highlights an. Naja, die Highlights sind ganz klar immer, wenn die Kunden sich freuen. Wenn man Projekte macht, die dann auch wachsen. Also zum Beispiel, du hast einen Gründer, der fängt an, der braucht einen Namen, braucht ein Logo. Und wir sehen dann diese Firma, wie die plötzlich vielleicht, manche sind tatsächlich mit über 100 Mitarbeitern jetzt etablierte Mittelständler. Und wenn du weißt, du warst da bei der Geburt dabei, das gibt mir unglaublich viel. Also das ist schön. Das sind so die Highlights, wenn es den Firmen gut geht, wenn es den Kunden gut geht. Und Lowlights oder Zeiten, wo es ein bisschen schwieriger war? Immer, wenn die Mitarbeiter irgendwie strugglen. Also wenn ich auch spüre, dass Mitarbeiter mit dem Thema irgendwie oder mit dem Kunden nicht so richtig zurechtkommen. In der Kommunikation ist das Hauptproblem die Kommunikation an sich. Von daher ist immer, wenn irgendwie Schmerz da ist, über menschliche Themen. Und da ist es meine Aufgabe, so ein bisschen der Feelgood-Manager zu sein und so ein bisschen der Happiness-Manager quasi, um, dass es den Mitarbeitern gut geht und dem Kunden gut geht. Also so die Brücke zwischen, also so diese vermittelnde Rolle zu bauen. Das ist mein Ding. Das kann ich super gut nachvollziehen. Jetzt hast du ja wahrscheinlich schon hunderte Projekte betreut und auch viele von selbstständigen und kleinen Unternehmen. Was sind so Best Practices, die du vielleicht sharen kannst? Worauf sollte man achten, wenn man Werbung oder auch seine eigene Marke entwickelt? Also tatsächlich, so kam ich ja auch zu Jimdo. Da muss ich einfach ein großes Lob aussprechen auf dieses Produkt. Man sollte professionell starten und die Website ist ja immer das zentrale Element in jeder Kommunikationsstrategie. Und wenn du mit wenig Budget startest, und ich bin ein großer Freund von nebenberuflicher Gründung, dass Menschen einfach mal anfangen, das zu tun, auf was sie Lust haben, vielleicht im Nebenjob. Ja, also wirklich Bootstrap, klein anfangen und da mit einer Jimdo-Website, wo du einfach selber, ich baue mit meinen Klienten in der Beratung oder wenn ich als Dozent tätig bin, dann sage ich immer, wir bauen jetzt in fünf Minuten eine Website. Und ich habe das schon immer geschafft, weil du mit diesem Jimdo-Baukastensystem einfach da sofort vorankommst. Also professionell starten mit einem geilen Baukasten. Und ja, manche brauchen dann vielleicht später ein anderes System, müssen dann haben, dann spezielle Spezifikationen, die man individuell dann bauen muss. Aber für den Anfang ist es oft das Beste. Und wenn wir noch über die Marke an sich nachdenken, hast du da auch noch Tipps? Wichtiges Thema, unbedingt eine Marke bauen. Also immer überlegen, bist du als Person die Marke? Also bist du das Gesicht deines Unternehmens? Und ob du das bist oder nicht, auf jeden Fall brauchst du ein klares Corporate Design, klare Corporate Identity, Wiedererkennung. Wichtiges Element und da fängt es beim Namen eigentlich schon an. Überleg dir einen Namen, der markenrechtlich nicht geschützt ist, wo die Domain vielleicht noch frei ist und bau die so professionell wie möglich. Entweder mit einem coolen lokalen Designer oder auch mit dem Jimdo-Creator. Kann man auch schön Logos machen. Also je nach Anforderung, da muss jeder seinen Weg finden. Cool. Und was würdest du Menschen noch generell mit an die Hand geben, die gerade vielleicht an diesem Punkt sind, soll ich vielleicht nebenberuflich starten? Habe ich eine Idee, soll ich das mal ausprobieren? Also nebenberuflich starten immer der beste Weg, finde ich. Also einfach mal ausprobieren und den momentanen Auftrag, den man hat, also egal, ob es irgendwo angestellt ist, in der Position, in der man sich befindet, in einer Festanstellung, da erstmal noch weitermachen und ganz offen mit dem Chef kommunizieren, du, ich will da nebenbei was machen. Transparenz in der Kommunikation und dann einfach der Leidenschaft folgen und das Ding machen und dann irgendwann vielleicht in den Hauptberuf wechseln. Du hast ja auch die Marke und die Domain machen.de. Wenn ich mich ja so gegenüber habe, dann ist das total klar, warum du das hast. Würdest du das nochmal ein bisschen erklären? Naja, also ich habe ja in den 90er Jahren gegründet und da war es natürlich mit den Domains noch ein bisschen, da hat es gerade angefangen. Da haben so die ersten Internetfirmen auch ihre Claims abgesteckt. Hotel.de ist ja auch hier aus Nürnberg gegründet und viele coole Domains waren schon weg und machen.de war noch frei, unter anderem, ich bin auch Mitgründer von der handeln.de GmbH, macht ganz eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, ja, Domains machen ist natürlich logisch, das ist natürlich das Wort überhaupt, ja, machen, auch in der Politik, also auch Politiker verwenden es häufig. Wir schicken auch Leute einfach WhatsApp, wo sie sagen, schau mal, ich habe machen, steht da wieder irgendwo. Ich glaube, ihr habt auch mal, Jimdo hatte auch mal eine Machen-Kampagne, fand ich auch sympathisch. Wirklich, da kam Jimdo um die Ecke mit Machen, Website, einfach Machen, dachte ich mir, ja, genau. Cool, also ich bin tatsächlich schon Fan auch von eurer Kommunikation. Kompliment an das Kommunikationsteam, was hier im Raum ist. Herzlichen Dank, Micha, und viel Erfolg weiterhin. Danke, Marcel. Danke. 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 Danke.